Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Unser Körper ist ein perfekter Mechanismus, wo viele Dinge gleichzeitig passieren. Ist dieser gestört, gibt uns unser Körper Zeichen, dass er Hilfe braucht, die, wenn sie ignoriert werden, zu gesundheitlichen Problemen führen können. Heute stellen wir euch sieben Anzeichen vor, die du unbedingt beachten solltest. Nummer 1 Zahnfleischbluten. Plötzliche oder ständige Blutungen deines Zahnfleisches, wenn du deine Zähne putzt, ist ein Zeichen eines Vitamin C-Mangels. Integriere am besten Zitrusfrüchte, Spinat, grüne und rote Paprika, Tomaten, Kohl, Blumenkohl und Brokkoli in deine Mahlzeiten. Nummer 2 Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und Beinkrämpfe. Wenn du diese Zeichen hast, braucht dein Körper Magnesium und Kalium. Um diese lebenswichtigen Elemente wieder aufzufüllen, nehme Tomaten, Orangen, Bananen und Spinat in deine Ernährung auf. Nummer 3 Lust auf Eis. Wenn du einen unerwarteten Heißhunger auf Eis hast, dann könntest du eine Eisenmangelanämie haben. Die besten Quellen für Eisen sind Leber, Weizenkleie, Hülsenfrüchte und Eier. Nummer 4 Trockene Haut. Trockene Haut kann ein Mangel an Vitamin E bedeuten. Deshalb solltest du unbedingt Gemüse, Öl, Nüsse und Fisch essen. Nummer 5 Zerbrechliche Nägel und trockene Haare. Bei zerbrechlichen Fingernägeln und trockenem Haar verlangt dein Körper nach Vitamin B. Gute Lieferanten sind Milch, Algen und Pilze. Nummer 6 Lust auf Süßes. Wenn du plötzlich den starken Wunsch hast, etwas Süßes zu essen, dann könnten Stress, Depression oder Erschöpfung die Ursache sein. Dein Körper schreit nach Glucose. Um nicht zu stark an Gewicht zuzunehmen, esse lieber kontrolliert und vor allem in Maßen. Geeigneter als alle anderen Dickmacher sind etwas dunkle Schokolade oder Honig. Nummer 7 Ringe um die Iris. Ringe um die Iris können bei Menschen über 50 Jahren auftreten und sind dann völlig normal. Wenn du allerdings jünger bist, könnte das ein Zeichen eines zu hohen Cholesterinspiegels sein. In diesem Fall solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Danke fürs Zusehen. Wenn euch unser Video gefallen hat, unterstützt uns mit einem Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden. Um keine weiteren Rezepte und Tipps rund um das Thema Gesundheit zu verpassen, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.